Willkommen zurück zu einer neuen, lochintensiven Folge Party Animus mit einem Mann, der Löcher erforscht hat, die davor gar keine waren. Kreis! Naja, meine neue Firma, Lochgewitter GmbH, hat extreme Forschungsfortschritte gemacht in der Lochforschung generell. Also nicht nur Erdlöcher, auch Luftlöcher oder Körperöffnungen, die als Löcher gelten. Eigentlich sind die meisten Öffnungen ja nicht unbedingt gleiche Löcher. Also du nimmst eine kleine Pore und machst daraus ein riesen Loch. Ja, was ist denn die Definition von Loch? Weil wenn hinter einem Loch was ist, ist es ja eigentlich eher eine Grube. Okay, man merkt schon, das ist sehr verwirrend. Oh, da sind schon wieder ganz viele Freunde drin. Ja, ja. Richtiger Freundesclub. Okay, wir müssen jetzt richtig eng beieinander versuchen, den anderen immer wieder zu covern. Weil es gibt nur noch Freunde-Lobbys. Ja, ja. Es gibt nur noch solche... Ja, es gibt nur noch Friendship-Lobbys. Nur noch Friendship-Lobbys. Nur noch, äh, wir spielen alle gemeinsam. Hauptsache erstmal alle gegen die Roten immer und dann gucken wir mal. Ja, guck, der rennt dir auch nur hinterher. Der will dich unbedingt. Das ist irgendwas Persönliches. Ja. Und ich bin wahrscheinlich tot. Ja. Da kam sein Mates. Was? Warum komm ich denn nicht hoch? Oh. Alter, mit der letzten... Mit dem letzten Funken Ausdauer. Okay, Gelb hat ja richtig Zorn gegen uns. Kennen wir die irgendwoher? Haben wir die irgendwann mal richtig abtüllen? Wahrscheinlich. Was ist denn mit dem Tiger? Der will auch nur um mich. Das sind Chucks. Keine Chance. Ei, was ist denn? Guck mal, der eine prügelt sich hier um die Chucks und die gehen beide auf mich. Blau und... Ne, ich... Ich kann nichts machen. Guck, und dann kommt direkt so ein... Alles cool. Wollte dich nicht treffen. Qualvoll. Qualvoll. Ich bin immer noch bewusstlos. Oh, kacke. Ich hab nichts, wo ich mich dran festhalten kann. Ja, der Tiger hängt eh am... Am Seil. Boah, es hat mich noch ausgenockt. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich war noch an der Kiste. Ich hätte es noch geschafft. Welche Kiste? Ja, klar, natürlich. Die kleine Grau, an der ich mich festgehalten hab, bis du mich totgeprügelt hast. Ja, die war aber auch schon in der Mitte. Nee, die werden auch gegangen. Wie ist die denn jetzt? Da kann man nicht noch reinschwenken. Da ist ja mehr Masse dran. Da ist ja mehr Masse dran. Auf jeden Fall blau und grün sind Freunde. Ich schmeiß mal einen Kracher. Also, wir kämpfen wieder gegen den Viererteam. Boah, mein Kettenkracher. Der hat... Der hat geschwängelt. Was? Wie konnte der da unten noch so lange überleben? Er hat sich noch festgehalten. Ich hab ein Video gesehen, da waren welche an diesen Seitenbahnen. Und haben sich da festgehalten. Ja, raus mit ihm. Der ist richtig. Ah, geht natürlich wieder nicht. Alter, wirst du richtig beleidigt. Es gibt nur noch Hass in dem Spiel. Es gibt nur noch Hass. Tu so, Elefant. Alman-Antwort ist raus. Wow. So, seinen Huso-Freund hab ich auch noch. Ah, Friendship. Die sind zusammen, die hier. Hab ich ihn rausgeworfen. Und noch was hinterher. Komm. Alter, da kam noch was auf mich. Häng am Bottich. Ich hab den anderen noch mit erwischt. Warte. Alter, was war das für eine Nähe? Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ausdauer mehr gehabt. Der hat mir komplett die Ausdauer entzogen. Weg mit ihm, Junge. Weg mit ihm. Die Huso-Fanten. Uff. Boah, ich wär fast aus der Karte geflogen. Boah, ich bin raus. Er spuckt aber ganz schön große Töne. Für einen Benutzernamen, der Paulchen heißt. Den die Mami oder der Papi für ihn eingerichtet hat. Sonntagmorgen darf er ein bisschen spielen. Der süße kleine Paulchen. Paule, mhm. Spuckt aber die größten Töne. Oh, da fliegen die Chucks. Er guckt auf jeden Fall deine Videos. Der Paulchen von der Angst vorm Klumpen, weißt du? Schick meinen Freund vorbei, der verprügelt dich. Ah, wen meinst du denn? Paulchen. Ah, ach so, Paulchen. Na, Mist. Vorsicht, Kacher. Ja. Ich halte mich fest. Der wird überleben, oder? Weiß nicht. Ja, ja. Boah. Wow. Das war, alter, alter. Alter, was? Das war krass, ey. Das war krass. Gelber ist schon weg. Achtung, die Girachen sind voller Zorn. Kommst zu mir. Lass zusammenbleiben. Ah, die kommen jetzt immer hier hoch. Paulchen kommt. Boah, ich bin nockt und ich krieg noch einen. Was? Oh, alter. Ich glaub, ich geh gleich drauf. Nee, ich komm nicht mehr weg. Der prügelt mich tot, wenn's so weitergeht. Ah, hab ich ihn direkt rausgeschmissen. Kleines Paulchen. Kleines Paulchen. Ah. Adadadada. Okay, diese Tonne hat Platz für uns zwei. Ei, 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 ei. Uff. Ey, manchmal kriegst du die nicht geschmissen, ne? Nee. Boah. Aber er hat mich richtig... Und der kriegt mich natürlich geschmissen. Bin tot. Perfekter Wurf. Die Tiger sind übel. Gern's Seil, gern's Seil. Guck. Oh. Alter, nice. Richtiges Mobs-Seil, du, ey. Richtiges Mobs-Seil. Zwei sind weg, der andere könnte kommen noch. Ja. Achtung, der hat Kracher. Bleib in der Seilnähe. Muss jetzt schon quasi zum Seil rennen. Oh, Mist. Ich wollte eigentlich die Pfanne... Oh. Komm. Jetzt schnell runter. An's Seil, an's Seil, an's Seil. An's Seil, egal. Ausdauer und an's Seil. Ich hoffe, du hast genug Ausdauer. Boah, wie schnell ist der denn wieder da? Alter, was geht da ab? Uff. Hab ihn gekickt, Alter. Nein, aber du bist auch. Keine Ausdauer mehr gehabt. Kicken kostet Ausdauer. Versuch, oben zu bleiben. Ja, du bist oben. Du bist oben. Du warst auf jeden Fall oben. Super, aber kurz. Hat's kurz geruckelt. Ja. Was? Hat kurz vorm Sturz hat's geruckelt. Boah, wie die beide, beide grüne, äh, grün und blau, schön zusammen, als Team, gegen den Elefanten. Aber ich kam aus dem Loch wieder raus. Lochforschung vom Kreis Industries. Hier ist irgendwo ein Unsichtbarer. Ich hab grad eine leere Kanne gefunden. Au. Das Döschen. Ah, wenn jetzt grün nochmal einen Sieg holt. Wir müssen diesen, diesen Tiger loswerden. Der ist... Guck, Diet. Hä? Achso, der Unsichtbare oder so. Bin nämlich einfach umgefallen. Aber du lebst noch, oder? Ja, ja, noch. Tiger ist down. Ah, da kommt sein Freund schon. Boah, Alter, was für... Ey, nee, gegen die Tiger ist das irre. Die machen Punches. Achtung, der Gelbe kommt von hinten. Der lässt nicht los, ne? Naja, ich kann mich nicht dran halten. Alter, weil sie es Elektro-Schock asiert. Schwingen, schwingen, schwingen. Oh. Ich hau einen Kracher in die Meute da hinten. Oh, da liegt immer noch mein Kracher. Uff, der Kracher. Ja, war aber irgendwie noch... Das ist kein Ohne Vorsicht. Oh, bitter, bitter, bitter. Schnell zum Seil. Alter, hast du ein Glück. Da war noch ein Eis-Nugget. Das erwischt natürlich nur dich. Ja, klar. Ich hau einen Kracher rein. Random Kracher-Lie. Oh, oh, oh! Oh, guck mal, wie er da in die Ritze noch geslippt ist. Aber jetzt müssen wir richtig... Lass lieber zusammenbleiben. Alter, Ritzen-Slipper. Boah, ist mir einen gegeben. Der Tennis-Mann, der schlägt hier um sich. Ne, das war deine Faust eben. Nice. Gelb ist weg. Krieg ich nicht. Ich krieg gar nichts. Ich hab dich. Naja. Wir hoffen, dass die Dumbo-Masse irgendwie reicht. Vorsicht, weg vom Fass. Ja, ja, ich krieg das Fass direkt ab. Boah, Achtung! Du musst mich protecten. Distracte. Jetzt lieg ich daneben. Krieg dich aber nicht. Rein. Warte. Ja, los. Los, rein. Warum schlägt er mich? Großes Seil da hinten. Auf der Seite. Was? Alter, der hat mich einfach rausgeschubst. Ich bin einfach durch die Spalt ge-ge-ge-glitscht. Ich war nicht mal bewusst, dass du das oder sonst irgendwas. Ich trete jetzt einmal. Ja, festhalten. Ich bin einfach durchge-glitscht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Ja, der Kick war gut. Das war ein Siegeskick. Aber ohne Witz. Der hat mich nur so leicht angeschubst. Ich bin zwischen dem Gelände einfach wuii davon geflogen. Wie als wäre ich aus Papier. Siegeskick. Siegeskick. Schöner Siegeskick. Ja, so läuft es hier. Schöner Siegeskick. Der wird aber auch Hass ziehen jetzt. Das ist ein Kick, der sehr viel Hass mit sich bringt. Es wird Castle Ween echt jetzt. Äh. Du auch? Was? Du bist auch für Castle Ween. Alle sind Castle Ween gegangen. Ich bin der Einzige, der nicht Castle Ween war. Das waren sechs Roads. Ja, hätte ich eh was anderes gewotet, hätte es doch eh nichts gebracht. Ja, das weißt du, wie jetzt wieder abgeschwitzt wird, ne? In Castle Ween wird immer geschwitzt. In der Dunkelheit. Vielleicht sollte man da die Augen niemals schließen. Ja. In der Dunkelheit müssen die Augen immer offen sein. Das sind ja wieder die beiden hier. Die wollen Redemption, ne? Und Paulchen will dich wieder als Huso beleidigen. Merkst du, wie persönlich auch alles ist in dem Spiel mittlerweile, ne? Ja, ja, mittlerweile. Da sind wieder hier die Drachen. Aber einen Drachen habe ich direkt raus. Boah. Was habe ich dem denn getan? Alter. Und er prügelt nochmal nach. Mit einem Spin. Okay. Das war ja persönlich. Das war sehr persönlich. Ja, hier das Stachelschwein. Ist es noch am Leben? Vorsicht vor dem Stachelschwein. Der ist richtig auf Krawall. Na, jetzt will er dich. Au. Au. Der hat mal einen Kracher. Oh. Boah, der liegt. Kracherblock. Weg, 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 weg. Oh. Oh, Gott. Uh. Da sind noch zwei Rote. Okay, Rote ist schon mal hier unser Nemesis Number One. Ich provoziehe ihn ein bisschen. Ich logge ihn zum Rand. Na, komm, mach einen Dropkick, Junge. Denk an deine Ausdauer. Der andere versucht da oben eine Eiskanone zu sichern. Der hat schnell raus. Speed raus. Ah, er hält den fest. Na. Oh, der springt mit dir runter. Geht auf Nummer sicher. Was haben wir den beiden getan? Wer ist das denn jetzt? Diese Technologies. Weiß ich nicht. Er hat gehört, dass... Die Todesliste ist halt einfach so lang, ne? Ja, ja. Oh, Ruckla, Ruckla. Oh, oh. Mega, mega lag. Mega lag. Mega lag. Mega lag. Mega lag. Mega script. Mega. Oh, Mist. Oh, was? Ah, der Lolli wird schwierig aufzuheben mit dem... Ey, ich kann nicht spielen. Ihr lagts wie blöd. Alter. Ich war hinter ihm. Ey, Chaco trifft einfach überall. Oh. Oh, nein, 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 nein. Du bist noch am Leben? Ja. Oh, ich hab mich gerettet. Da hat jemand ein Script an. Ja, da ballert das Script. Ey, der eine, der hat für immer Chucks. Ja. Ich hab die Chucks gesaved. Ja. Auch mit Lags kriegen sie uns nicht klein. Ja. Sollen sie ruhig machen. Sollen sie ruhig ihre Lags machen. Boah. Aber richtige Heavy Lags, Junge. Das sind richtige Heavy Lags. Ich krieg ne Schaufel. Hab sie. Ich weiß nicht, ob ich dich damit gerettet hab. Keine Ahnung. Ja, schon irgendwie so. Ich hab einfach gedacht, jetzt oder du bist raus. Oh, der eine ist... Einer hab ich rausgekickt. Der ist irgendwie weggeflogen. Nochmal so durch die Zinne gepresst da. Warte, wir leben noch zwei Grüne. Uff. Den hab ich gut erwischt. Der Fettigel Hawaii ist tot. Oh. Ja, der Drache ist raus. Ich komm vom Kracher irgendwie nicht weg. Boah, da kann man noch ein Ei zwischen. Ich lenke ihn von der Schaufel ab. Oh nein. Nein. Oh nein. Mann, ich kann nicht spielen. Bei all des Ruckels. Naja, wir wissen aus anderen Episoden, dass das auch ohne Ruckeln ne gängige Methode ist. Boah, aber es ruckelt heftig. Ist er tot? Nee. Jetzt. Schreib ihn dir da hinten. Ja. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Selbst mit ihren Legs. Puh, ey. Selbst mit dem Ultra-Leggy-Skript. Come on, Junge. Willst du den Tanz, bro? Boah. Boah. Ey, der dunkle Entenlord. Ist erzürrend. Ist er noch drin? Ja. Aber nicht mehr lange, glaube ich. Weil die sich da nicht... Also sie streiten sich gerade darum, wer mich denn rausschmeißen darf. Das ist immer schlecht. Ne, ich bin weg. Komm, jetzt liegt alles an dir. Ne, ich bin doch schon längst raus. Ach so. Ich war schon in der Luft. Ich hab Paulchen noch verkloppt. Na, Rot holt sich den zweiten Sieg vielleicht. Ja, holen sie sich, oder? Obwohl, ja. Liegt ein Krocher. Ja. Hä? Ich konnte nicht mal ein Krocher schmeißen, weil... Der Sparbuch war leer. Uff. Uff, der Rote gekrochert. Reverse-Backboard-Krocher. Woran hab ich schon mal gehört. Boah, aber in die Ecke. Ich schmeiß da einen Krocher hin. Was? Er hat sich abgedrückt von ihm und ist da unten gefallen. Okay, jetzt heißt es blau oder rot. Boah. Boah. Okay, okay. Beide Rote wollen uns. Ich lieg hier schon wieder an der Kante. Kannst du mir helfen? Ne, ich bin weg. Alter, Rot will ja hardcore uns. Ja, Rot will sich jetzt seinen Sieg. holen. Was? Ah, der wird wahrscheinlich... Der wird sich egal. Der wird sich egal. Wenn der Rot und Blau kämpft, dann geh ich da mit rein. Raus, 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 raus. Mein Krocher. Vorsicht, beide Rote sind auf deiner Seite und jagen dich. Der eine zumindest. Das ist ein Lörtchen. Es rukelt so stark. Da liegt ein Krocher. Ein gelber ist weg. Noch ein gelber ist weg. Wo ist die Ente? Weiß es nicht. Oh, yes. Er hat eine Falle. Boah, da drüben ist auch ein Krocher. Vorsicht. Du bist im Zentrum zwischen zwei Krochern. Ja. Da kommt der nächste Krocher, geflogen. Da hinten dröckelts. Ich schmeiß den Krocher auf sie. Oh, der ist zu spät. Oh, hast du Glück. Tritt. Der andere lebt auch noch. Er hat sich irgendwie da hochgekrochert. Rettungskrocher. Oh, oh. Oh, oh. In die Ecke. Bleib da hinten jetzt. Ich kann nichts machen. Es ruckelt. Oh, man rannt. Aber ich habe ja wieder meine Rückenlage immer zum Gegner. Hast du gesehen? Der stand auf einer Stelle. Er hat so Moonwalk mäßig. Und jetzt schnappen wir nach vorne. Loslassen. Oh, der Zeitlupeflug hier. Wie ist der Zeitlupeflug? Selbst mit diesem Script haben sie es nicht geschafft, uns zu stoppen. Das ist ganz neue Script hier. Klar, so ein paar Millisekunden, damit wir nichts treffen. Okay, aber das ist ja fast eine Sekunde. Ja, aber es hat nicht gereicht. Draw schreibt einer. Das war doch kein Draw. Wir haben doch gewonnen. Wahrscheinlich hat es bei ihm Draw angezeigt. Alter, da ist so viel Zorn in diesen Lobbys. So viel Hass. Ja. Der Shenlong Pass, Alter. Wow, das war krass, ey. Ja, das war krass. Also da haben wir dann noch eine Zeitlupe. Ja, aber bei mir ruckelt es jetzt immer noch. Selbst in der Zeitlupe. Ja, wir gucken mal, ob es gleich gut ist. Vielleicht fängt es das jetzt gleich. Ich schätze mal, da ist irgendwas, äh, ne? Jetzt scheint es wieder zu... Naja, okay, das sind immer Ruckler hier. Da hat es immer ein paar Ruckler. Wir werden es gleich sehen. Aber dass die Entwickler jetzt dann schon so weit gehen mittlerweile... Die zerstören ihr eigenes Spiel, um uns zu stoppen. Vielleicht Koalas oder irgendwas Classic-mäßiges, wie ein brauner Bomberbär. Ein brauner Bomberbär? Der verfolgt dich, der Typ, ne? Ja. Er macht irgendwelche Beleidigungen, Scripts. Was hast du dem getan? Hast du irgendwie seinen Sohn irgendwie geschlagen in dem Spiel? Der verfolgt dich. Und der wird jetzt gleich wieder straight auf dich gehen. Na, bei mir hat sie es gefangen, glaube ich. Alter, Schweinweitwurf. Spielt es nicht so komisch ohne Legs. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ohne spielen kann. So, ey, jetzt bin ich. Boah. Achtung, da kommt ein Hund. Boah. Hundzieher. Hatten wir den nicht schon mal, den Hundzieher? Oh, weiß nicht. Hundzieher. Alter, ich brüge jetzt nicht darum, wer mich töten darf. Ja, ja, sag ich ja. Das ist meistens so. Das ist unser einziges Glück, weil sie sich immer darum streiten. Bist du noch am Leben? Ja, ich bin hochgeklettert. Ja, beim Aufstehen gepuncht. Boah. Immer noch. Wo? Wo die Pfanne? Ey, der hält mich fest. Der hält mich. Ich, was? Der hat mich im Tod festgehalten. Ich habe sogar extra losgelassen. Hat mich im Tod festgehalten. So was geht? Aber ich habe Eldogolon. Ja. Der ist weg. Boah, wie viel Zorn ist denn hier? Wenn die sich an dich... Ich habe nur noch das Klacken von der Handschelle gehört. Das ist nur noch der fiese für immer Zorn. Oh Gott. Ey, er macht einfach Headbutts in die Menge. Alter, und er hat mich unten auf den Boden wieder... Also er hat mich so geworfen, dass ich ausgenockt wurde. Das ist ein fieser Wurf auf der Karte. Wenn du dann unten wieder ausgenockt bist, vergiss ich es. Ja, ja, bist du tot. Hatte ich auch schon. Ja, schon hunderte Mal. Eigentlich jedes Mal. Ja, ich kenne es gar nicht anders. Was ist denn mit denen los? Was haben wir euch getan? Unglaublich. Das ist ein Kracher. Ja, ich weiß, das ist meiner gewesen. Oh, nö. Und da bin ich wahrscheinlich... Da sind alle rausgeflogen jetzt, die da neben dem Kracher standen. Der Affe ist auf jeden Fall tot. Oh, das Ei! Ich bin direkt gestorben durchs Ei. Ich bin gestorben durch das Ei. Alter, das gibt's doch nicht. Genick, Keks. Was sind das für Methoden? Ja, die werden halt einfach immer guter. Ey, ich will diesen Paulchen jetzt hier tot sehen. Versuch ja den Hasen hier so ein bisschen. Ja, der Hasen ist erstickt. Ja, aber Gelb ist richtig anti. Ich brauch Hilfe hier drüben. Guck mal, wie lang ich bewusstlos bin. Oh, die Katze ist runtergeflogen. Sehr gut, sehr gut. Uah! Ja, Katze ist unten bewusstlos. Paulchen schmeiß ich noch mit oben drauf. Ich hab den Affen runtergeballert. Guck mal, die Knarre. Oh, Paulchen hat nur Rückhand gekriegt, Junge. Ist da oben noch jemand? Was? Wir in die Nock? Worum ist hier jemand, oder? Okay. Okay, keine Ahnung. Hast du ihn getroffen oder so? Oder ist das ganz... Wieso geht ihr in die Nock? Ich bin Nock gestartet gerade. Oh, die Katze hat Saft. Ich bin tot, ey. Ich bin sowas von tot. Boah. Alter, die Katze ist brutal. Ich komm nicht hoch. Nee, ich komm nicht hoch. Haben sie doch gewonnen hier. Beide eine Dose. Ja, beide. Und ich kriege noch einen Gesundheits- und Unsichtbarkeitsstreit. Klar, dieses Developer-Kid hat immer so ein bisschen Delay, ne? Boah, wie ich direkt Nockt auch wieder gestartet bin. Ich hab ihn eben getreten und hörte das Geräusch. Und es hat aber nicht gezählt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Achtung. Müsst du die Schaufel retten. Die Schaufel macht leider nicht... Katze ist asozial. Ich versuche ihn hier... War da ihn? Ja, ich hab ihn gelockt. Ich wusste, dass er einen Dropkick macht. Okay, der ist weg. Und weg mit ihm. Der ist weg. Achtung, da ist der andere noch. Der macht sich unsichtbar. Ist egal, ich weiß, dass er zu mir will. Oder zu mir. Er ist bei mir. Ah, jetzt ist er bei dir, glaube ich, irgendwo. Oder jetzt ist er oben bei der Banane. Da hab ich ihn. Alter, der hat meinen Dropkick gebremst mit einem Pfeil. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Der Gorilla ist tot. Er liegt hier noch. Dann gib ihm nochmal. Achtung. Wow. Jetzt hat's den Control. Terzig. Was war das für ein Rückenwurf, Alter? Kleines Easy noch in die Runde. Siehste, wenn das Spiel nicht ruckelt, ist es noch leichter. Gut, Leute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wir werden kommentieren. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und verwendet keine Scripts. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.